Moin Moin und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Hustenbongs und wir spielen eine Runde War Thunder. Auf geht's! So, Bodenangriff, Kliffküste, wieder Schluchten, tolle Chancen gegen Kliffs zu fliegen, kann spannend werden, ja, wir schauen hinein, so, Waffenkonferenz noch auf 800 Meter. Wir schrauben mal zurück auf 600 und gehen in die Schlacht. Hier drüben sind unsere Basen. Ich werde mal Kurs darauf nehmen, weil ich nehme an, die feindlichen Bomber werden es ebenfalls tun. Gehen ein bisschen in die Wolkengrenze, nicht so viel. Da steigen leicht. Gehen ein bisschen, dein Schrauben. Wow, ich bin ein bisschen am rot. Oh, mein Schrauben, Blatt! So, wir schauen uns um. Ja, noch sind wir relativ safe, aber da kommen sie. Eine Tempest. Und da haben wir den Kürzeren gezogen. Aber wir haben sie angeschossen. Aber es hat nicht gereicht. Ja. Okay, Antroplan. KI 84. Eine Spritzfeier. Mann, wir kommen heute aber auch wirklich nur zu spät. 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 Okay. Mann! Ist nicht wahr. Da stürzen sich gleich wieder tausend Mann auf die B-17 und da ist sie auch schon abgeschossen. Habe ich denn heute gar kein Glück? Na also... Ui, 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 das tut weh. Das tut weh. Und da bin ich ausgestiegen. Ja, so schnell geht's. Aber wir haben einen abgeschossen. Will wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt? Ja, so schnell geht's. 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 Ach, verdammt, verdammt. Na ja, ein Abschuss. Mission verloren und nicht letzter geworden. Na, was für ein Trost. Okay, Leute. Schauen wir uns nochmal die Statistik an. Es war nicht meine beste Runde. Ich kann es besser. Ich kann es wirklich, wirklich besser. Okay. Ich beende die Runde und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss. Stunde.